Neurodermitis, müssen wir kurz über Namen sprechen. Atopische Dermatitis, endogenes Ekzem, atopisches Ekzem, Neurodermitis, meint alles dieselbe Erkrankung. Diese Erkrankung ist in Deutschland eine der häufigsten chronisch entzündlichen Hauterkrankungen. Sie fängt häufig schon im Kleinkindesalter an, ist da sehr häufig. 10 bis 20 Prozent betroffene Kleinkinder in Deutschland. Die Erkrankung kann dann von selbst zur Ruhe kommen, sodass die Häufigkeit im Verlauf des Lebens etwas abnimmt. Aber auch bei Erwachsenen sprechen wir immer noch von einer Häufigkeit von 2 bis 5 Prozent. Betroffene Patientinnen und Patienten haben eine Neigung, auch allergische Erkrankungen an den Schleimhäuten, an den Atemwegen zu entwickeln. 70, 80 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis haben Heuschnupfen. Das ist etwas seltener allergisches Asthma. Da sprechen wir so von 30 bis 40 Prozent. Darüber hinaus gibt es Begleiterkrankungen. Neurodermitis, Angststörungen, Depressionen sind bei Patientinnen und Patienten mit Neurodermitis viel häufiger. Und das ist nicht einfach reaktiv, also eine Reaktion auf die Diagnose, ich habe eine chronische Hautentzündung, sondern es ist die Entzündung selbst, von der wir glauben, dass sie eben hier auch die Wahrscheinlichkeit, solche Stimmungserkrankungen zu haben, erhöht. Die Neurodermitis juckt. Das ist das ganz wichtige Symptom. Jeder Patient hat Juckreiz. Und es ist auch das ganz stark benästigende Symptom. Wenn die Patientinnen vorhin sitzen, die können manchmal gar nicht aufhören, sich zu kratzen. Die ziehen das Hemd aus, da sind Blutspuren im Hemd. Die schlafen natürlich auch nachts schlecht, wenn man starken Juckreiz hat. Die Hautbarriere ist gestört. Nicht nur durch das Kratzen, sondern durch diese Barrierestörung selbst ist die Haut offen, verwundbar. Sie nässt. Keime können schlechter abgewehrt werden. Eczeme sind oft nicht scharf begrenzt. Das kann im Prinzip den ganzen Körper betreffen. Aber wir sehen Patientinnen und Patienten, die vor allen Dingen im Gesicht- und Halsbereich Neurodermitis haben. Wir sehen, dass die Beugen, zum Beispiel die Ellbeugen, die Kniekehlen, besonders stark betroffen sind. Aber nochmal, bei einer ganz schweren Neurodermitis kann im Prinzip jeder Quadratzentimeter Haut grundsätzlich betroffen sein. Wenn man dann immer wieder die Haut mechanisch bearbeitet, weil die jeden juckt, kann es als Reaktion darauf eine Verdickung der Haut geben. Das Hautrelief ist vergröbert. Wir sprechen von einer Lichenifikation. Und dann kann es auch richtige Knoten geben. Der Fachbegriff dafür ist Purigo. Wann mit Neurodermitis zum Arzt? Wenn das kleine Kind betroffen ist, kommen doch die Eltern. Die sind doch besorgt. Da stellt sich die Frage gar nicht. Aber oft ist es so, dass vielleicht am Anfang milde Eczeme da sind. Da denke ich, wird bei den meisten Betroffenen der Schweregrad entscheiden. Bin ich dadurch wirklich belastet? Das geht nicht wieder weg. Das juckt mich. Ich will wissen, was los ist. Und dann ist es oft gar nicht so einfach, schnell einen Termin zu bekommen. Das erzählen mir meine Patientinnen und Patienten. Und wenn ich richtig schwer betroffen bin, will ich natürlich gerne zu jemanden gehen, der auch Experte ist für die Behandlung dieser Erkrankung. Der vielleicht Allergologe ist, der die Begleiterkrankung mit abklopfen kann. Und da braucht man dann auch, wie häufig bei chronischen Erkrankungen, eine gewisse Hilfe. Wer lotst mich durch das System? Da gibt es Vereine. NIC e.V. ist so ein Verein. Es gibt auch Selbsthilfegruppen in Deutschland. Es gibt sogar in Deutschland ganz spezielle Schulungen für Patienten mit Neurodermitis, wo man selber als betroffener Patientin, als Patient viel über seine Erkrankung lernen kann. Ich glaube aber auch, dass viele Hautärztinnen und Hautärzte eigentlich mit Neurodermitis gut vertraut sind. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand, der Sie behandelt, das nicht ist, dass Sie immer nur die gleiche Therapie bekommen und Sie kommen mit der nicht weiter, da muss man vielleicht auch mal nachfragen und sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt jemanden, der diese Erkrankung wirklich zu seinem Spezialgebiet gemacht hat. Und die gibt es in Deutschland. Wenn Patientinnen oder Patienten eine chronische Hauterkrankung entwickeln, die Diagnose bekommen, ist doch die erste Frage, woher kommt das? Genetische Faktoren spielen eine Rolle. Nicht Eingehen macht die Erkrankung. Das ist multigenetisch, wie wir sagen, aber heißt zum Beispiel, wenn Vater und oder Mutter eine Erkrankung aus dem atopischen Formenkreis haben, Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma, ist das Risiko, dass Kinder Neurodermitis bekommen, etwas erhöht. Umweltfaktoren. Wenn ich Infekte als Kind durchmache, ohne immer gleich ein Antibiotikum zu nehmen. Wenn ich alle Impfungen erhalte, die zum Beispiel die ständige Impfkommission vorschreibt, sind das alles Faktoren, die das Immunsystem wegerziehen davon, dass sich eine Neurodermitis entwickelt. Und dann gibt es Triggerfaktoren, also nicht, die ursächlich beteiligt sind, die aber eine bestehende Neurodermitis verschlechtern können. Viele betroffene Patienten, Patienten vertragen zum Beispiel Sonnenlicht nicht, Sauna nicht. Wenn die Haut heiß wird, schwitzt, wird die Neurodermitis eher schlechter. Wenn man Kleidung trägt, die sehr rausphasig ist, man muss sehr aufpassen als Neurodermitiker, welche Pflege man zum Beispiel zusätzlich zu einer Therapie anwendet. Stressfaktoren können eine Rolle spielen, richtiger psychosozialer Stress. Und viele Patientinnen und Patienten werden noch darüber hinaus individuelle Faktoren finden. Und da ist es schon wichtig zu wissen, weiß eine Patientin, ein Patient, was löst bei mir eigentlich einen Schub aus? Und dann zusätzlich zur Therapie diese Schubauslösung zu vermeiden. Wie stellt man jetzt die Diagnose Neurodermitis? Da gibt es ganz bestimmte diagnostische Kriterien. Wo sind die Ekzeme? Wie lange bestehen die Ekzeme? Gibt es jahreszeitliche Schwankungen? In seltenen Fällen gibt es andere Erkrankungen, die eine Neurodermitis nachahmen können. Und die kann ich nur durch eine kleine Gewebsprobe, die ich dann unter dem Mikroskop angucken kann, ausschließen. Kann ich Veränderungen im Blut sehen? Ich kann sogenannte IgE-Antikörper nachweisen und ich kann schauen, wogegen sind diese IgE-Antikörper gerichtet. Zum Beispiel gegenüber Pollen oder Hausstaub. Wenn ein Ekzeme eine gelbliche Kruste hat und ich will wissen, ist das eine Neurodermitis, die von Bakterien superinfiziert ist, wo Bakterien sich oben drauf gesetzt haben, mache ich vielleicht auch einen Abstrich. Jeder Behandlungsansatz bei Neurodermitis muss individuell erfolgen. Hier gibt es kein One-Size-Fits-All. Erstens, lass uns versuchen, Trägerfaktoren zu meiden. Zweitens, man wird versuchen, Allergien, die gleichzeitig bestehen, zu behandeln. Drittens, man muss die Haut therapieren. Ich muss also gute äußere Pflegeprodukte nehmen, die wenig Kontaktreaktionen auslösen können, die aber dabei helfen, dass die Haut nicht so viel Wasser verliert. Und dann muss ich richtig behandeln. Und da werde ich, je nachdem, wo die Neurodermitis sitzt, unterschiedliche Cremes wählen. Ich kann im Gesicht schlicht kaum mit Kortison behandeln. Aber es gibt kortisonfreie Alternativen schwerer betroffene Fälle brauchen eine Therapie von innen. Dort gibt es grundsätzlich einige Tablettentherapien. Und dann gibt es Antikörpertherapien, die als Spritze ins subkutane Fettgewebe gegeben werden. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo ganz viele neue Therapien für Neurodermitis entwickelt werden. Das Ziel muss sein, dass der betroffene Patient, die betroffene Patientin eigentlich ein möglichst normales, gesundes, beschwerdefreies Leben führen kann. Und darin werden wir immer besser.